Jo Leute, das fette Duell. Wir sind Donkey Kong und spielen gegen Peach. Das ist das erste Mal, dass ich dieses Minispiel zocke und... Eieiei, ich dachte nur der obere Zeiger dreht sich. Wäre aber auch ein bisschen einfach gewesen. Und jetzt drehen sich einfach beide. Aber es gefühlt irgendwie auch immer noch zu einfach für uns beide. Mensch Peach, jetzt lass dich mal erwischen hier. Oh, jawoll! Haha, damit hat sie nicht gerechnet. Nice.